10,8% Abschlag bei teilweise Erwerbsminderungsrente oder nur die Hälfte des Abschlags. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich beziehe zum 1. Januar 2023 eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Und ich bekomme auf die Summe aller Entgeltpunkte hier 10,8% Abschlag. Wie kann es sein, dass ich hier 10,8% Abschlag bekomme bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente? Müsste denn der Abschlag nicht deshalb um die Hälfte gekürzt werden, weil ich doch nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme? Nein, meine Damen und Herren, so ist es leider nicht. Sie wissen ja selbst, dass ich ein entschiedener Gegner des Abschlags bei einer Erwerbsminderungsrente bin. Der Abschlag ist unsozial, er ist ungerecht. Er trifft vor allen Dingen diejenigen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung und Wechselfällen des Lebens sozusagen nicht mehr arbeiten können und deswegen auch geringere Renten bekommen. Das ist aber die eine Frage. Der Abschlag in einer Erwerbsminderungsrente, ob nun teilweise oder voll, wird grundsätzlich immer auf die Summe aller Entgeltpunkte berechnet. Diese wird ja nicht durch zwei geteilt, sondern die Summe aller Entgeltpunkte wird mit dem Abschlag versehen und dann haben wir die persönlichen Entgeltpunkte. Und diese persönlichen Entgeltpunkte, die werden dann in der Rentenberechnung, in der monatlichen Rentenberechnung mit dem Rentenartfaktor 0,5 multipliziert für die teilweise Erwerbsminderungsrente. Ist das zumindest so. Bei der vollen Erwerbsminderungsrente wird die Summe der persönlichen Entgeltpunkte dann in der Berechnung der monatlichen Rente mit dem Rentenartfaktor 1,0 vervielfältigt. Das heißt also, allein wegen der Tatsache, dass sie eine teilweise Erwerbsminderungsrente beziehen, wird nicht der Abschlag von 10,8% um die Hälfte gekürzt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel